Wintereinbruch in Nordhessen Der 8. Februar 2021 Die Aufnahmen sind nachts entstanden, so zwischen 20 und 22 Uhr. Aufgenommen mit meinem Samsung Note 10, natürlich mit Stativ. Und das durch die Fensterscheibe. Ja, den Schnee hätte ich mir zu Weihnachten gewünscht, aber ich glaube da bin ich nicht der einzigste. Das ist eine Zeitrafferaufnahme, mal 4. Also, deckt euch mit Streugut ein. Ich bin ja mal gespannt, wie lange dieser Winter noch dauert. Die Wettervorhersage sagt 17 Grad minus noch diese Woche, also Donnerstag. Da bin ich ja mal gespannt. Die Wettervorhersage Die Wettervorhersage Die Wettervorhersage Die Wettervorhersage Die Wettervorhersage Die Wettervor Kommunikation Die Wettervorhersage Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018